hallo und willkommen zu einer weiteren folge pokémon wir wissen nicht was gerade bei kappa bild läuft ich glaube ich bin mir nicht hoffentlich 5 4 3 2 1 wenn kappa jetzt spielt habe ich wenigstens was es sich gut anschauen ich kann sie sehen ich sehe deine zukunft du siehst gar nicht aufnehmen irgendwas das wir einstellen können von mir von anfang an ich habe von anfang an ernst gemeint dann steht aufnahmen auch durchgängig machen kann ich sie am anfang machen dass bei dir kein schwarzen ist weil 123 folgen die mir sowieso noch auf der kohle wieder verkackt der soll sich als liga machen und die schnauze halten also gut spielen wir schere steinpapier du fängst an ich nehme stein ich weiß jetzt warum treu so ein hohes level hat die siegestraße 50 mal durch trompe hat die schnauze spielst nicht mehr er spielt auch doppelt doppelt ich kann mich nicht mal über schwache gegner freuen jetzt weil ich jetzt ja ein bisschen trainiert bin und die so kaputt bekommen jetzt finde ich die kriege ich keine xp geben ein bisschen drücken wir mal marcy seinen account wirst du die nacht aber da kann er doch nichts holen das bringt doch nichts doch deine pokémon fick dich dieses dicken hier ich kenne jetzt ganz gerne das xp system lockt und vorlieg zum übster london des lobes system schwarz so weit das wird ja reichen weil mein team ist gerade schwächer als die welt pokémon er gut die grundsatztelex leben so wir machen ich weiß sie ganz cool und tue von einer türner fassel 5 auf level 8 das nicht ein spiel kommentieren weil ich das anders schneit als die stimme die später hat du darfst nicht kommentieren nein aus du nimmst einfach das mit dem rat von level 85 und tust es in lupen dauerlupen müssen leistet das dauert jetzt wahrscheinlich drei stunden und ich pack das zusammen in 15 kunden und das natürlich nicht vor heiko ist hinter mir die liga gehen naja engineer kimberley ich trau mich aber nicht ja würde ich auch nicht ich trau mich ehrlich gesagt auch nicht welches level ist ein lege 53 durch warum weil mono lege oh gott ich habe gerade einen kontakt bekommen mein lege hat noch sechs kp erlebt jemand am limit also ich werde ich auch leben wer kann man nun ja gestorben glaubt dann wirst du weg also was ich wechsle ist aus dieser floh ich lass mir zeit die gesamte auch junge jungen alter ich hätte auch geworfen gemacht kappa ich werde fast auf die andere seite gekommen leckt mich am arsch das mutter konnte eingesetzt hätte ich ein bisschen mehr der mensch gemacht 3 kp hätte ich noch mehr machen müssen ist für lino schon boden das war der roll ist für lino schon boden ja ok gut da muss ja mutterkeit das habe ich vielleicht vergessen ich hatte heute ja auch so gern pokémon ist eigentlich die katze ist man hat die feuer dazu dass diese zeiten sind vorbei jetzt ist er tot ich mag gerne ladenbrot ich bin schön dass schon mehr ausgeschöpfen gehen kann also developer marcellus ich habe marcellus gefunden mein name ist herz marcellus muss er noch auf welchem level zuge ja 1 unter sein für länder ist voll gut schon wer das kann sogar ein sonnkern fast wollen echt jetzt klasse ich glaube ich verliere jetzt mein diktri mal schauen nein es ist weiter ein zum glück und explodiert nicht immer die finden macht so viel deutsch mit ein gecheateres kai okre . die ein fahrrad du kannst auch wahrscheinlich so eins kaufen aber er hat das geld nicht oder ich sehe von meinem account aus noch dieses akari da unten der leiste aber es ist nicht mal und du kannst nicht drauf drücken kann ich schon alles kommt nicht raus warum siehst du das dann weil dieses spiel sehr gut programmiert ist ja aber wie kommt es darauf ganz andere das speichert also irgendwie lokal ab die untere leiste ja ja stimmt was da rein packt aber wenn du es nicht hast hast es nicht ich habe angst grüße gehen raus und maß wie jetzt ja gut weißt du ich habe nicht mal pokedollar gekauft habe ich auch nicht stehen also okay dann kämpfe ich jetzt gegen die zwillinge bitte nicht töten bist du überrascht ja übrigens also sagt dass die zwinger sind irgendwas oder 40 ich habe andere zwillinge da gemeint jetzt gehen wir in die arena leitung dann sind die erst 50 80 roto gel alles klar ich werde jetzt sterben hallo zwillinge bitte habt nicht die gleiche kombo wie im richtigen spiel weil die ist gar nicht mal so schwank fritze blitz und despoter es ist echt ein bisschen scheiße weil man tut ja außerdem hat ja die spital der menschen sand sturm stein ein bisschen ziemlich scheiße ist nur fritze blitz ich setze einfach mal surfer eine hoffnung dass und kann ich vielleicht meisterball auf das steine haken wo ich bei mir hast meine hast du auch gehackt forest forest gar ja da ist mein fürn und tor one hit von einem steinhagel jetzt kann ich mich ja hinlegen er kann ich sag mal was machst du gerade kalle du bist kalle ja du trainierst ja das heißt ich könnte jetzt reingehen und gewinnen ja gut das zweite weiß ich eben nicht wenn du durchkommst ja das ist das problem warum hat es donnermann natürlich paradisiere wieso ich habe 6 wenn sich das digitieren kann dann habe ich starkes pokémon aber ich glaube das kommt nicht durch ich habe noch fünf pokémon das ist kann man meinen guten pokémon aufbereitung gab schon in den drei abgangsbund ich bin einfach ist somit hier komm schon bitte der trifft doch noch mit du gehst echt in die liga ich gucke jetzt gerade eigentlich nur weil sie alte bis durch und weigere mich weiter zu ich will nicht noch drei parts revo aufnehmen die schnauze wir warten jetzt bis schon während wir in der siegestraft ja ich will erst mal von schon wer wissen was für den liga pokémon kommt malband blend puder pudersand wundersaat blutzei ohne witz wenn ich das echt macht noch ein bild von einem blanken arsch dann kannst du das als bild nehmen bei mir dass die facecam nein bitte spiel trotzdem einfach ein bild davon machen dann hat an den ladevorgang und das ist sehr gefährlich und der ist dann umgewaschen steinhagel scheiße heute wollte er hoch hallo es ist ein bisschen gefährlicher okay stand sturm was soll ich ap toppen sand sturm macht süßstrahl oder hydropumpe stelle hydropumpe betrifft nicht richtig und du wechselst das das jetzt gleich vielleicht hätte ich heilen sollen nein aber immer noch ladevorgang das gebiet das sollte bereichen fuchtlau ich mein schlechtes teammitglied ist einfach da wird 33 zum glück bis ich hochs gewechselt ne verwendet und ein handy weg hätten die welt ich bin es ja weil du nicht mehr das was also nicht was so ein handy holen kann ich habe angst ich will meine zweite nasslock schaffen das ist die zweite die ich schaffe du hast du auch schon verkackt selbst ich habe schon ich habe einmal smaragd geschafft und da waren die attacken geründer meist ich habe diamant geschafft die war echt schade rot aber viel level der arsch hatten überdrang nein du bist du ein bündung nicht nein doch warum gehen die gesamte zweimal hintereinander daneben naja vielleicht krieg ich an die linie an die linie an die linie die linie ich habe ich habe es wird gleich sich selber an ja 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 ich habe daneben geordnet nach fritzeblitze wird natürlich nicht von stein hat der roto gespielt er ist immer mit den händen rückwärts obwohl er nur beine hat hat der ist immer mit ihnen reden wir fritzeblitze macht den naruto walk wann geduld und das mit seinen kuppeln mein gewalt ist 45 und ich glaube ich habe es seit level 30 hat glaube ich ep teile oder so hast du mein flas opa ist level 38 hat mit immer 38 der restens level 30 30 ist natürlich weniger gut also außer matur ist auch noch 5 36 verdrückt zum glück habe ich eine menge tränke warum ist es hat sturm auch unendlich lang bei diesen schenken zum gott sind top genesung die straße du bist eine bitch du bist eine bitch du bist eine bitch also das gegnerische was du wirst ja das kann ich verstehen ich versuche jetzt die versteckten items in der straße zu finden wir haben wahrscheinlich zwei highlights im sonder ich wünsche dir jetzt einen meister bei dieser welt ohne scheiß ich suche eine route wo ich noch nicht war doch es gibt noch eine gute wo ich noch nicht war du auch noch nicht die über mussbach die mediotis nein unter dieser insel stadt naja stimmt flosbrunn ja ja scheiße ja da ist theoretisch noch eine gute und halte und daneben ich habe ja auch nichts anderes erwartet oh scheiß ich bin der müde und dahin gehen das sind auch trainer oh in hübe kann wäre das gedacht np wobei ich glaubte die sind nicht zu viel stärker wahrscheinlich als die siegelstrahl bomb ob sich das lohnt ist halt echt finde ich mein team ist noch nicht ganz siegestraßenniveau deswegen könnte ich die wahrscheinlich dort besser trainieren du bist schon durch die straße durch ja aber es ist noch nicht vom niveau der siegestrahl wie viele hypertrinke haben die reiches ist der vierte vielleicht vier das hat greide schreien cool ich will keine verteidigung brauche ich nicht das spiel ist lustig es macht spaß nicht alter ja fair genau ich kämpfe gegen registrieren und habe halt angst vor explosion was macht das registrieren amnesie und dann eisenabwehr alles klar erst mal egel darunter zu kraft jetzt habe ich auch gar kein boost es hat sich gerade der egensame effekt aktiviert nicht dass ich nein ich hätte einfach keine strafen gegen ansetzen sollen am start vielleicht irgendwie ist ja noch da also wenn sie jetzt doch übertrank haben füllen dann ich will aus der siegestraße wieder raus dass mich hier raus ich denke schon wieder fest ja todtuchsanstum du mich an meinen schon wer dich nicht ich habe keine schon wäre ja cool hast du nachgeguckt ich bin schon fast fertig mit dem siebten orden ich würde sagen wir machen bis zu mir geschafft hat dass wir erster werden und begraben das kriegsball den kriegstuhl ich höre da ablehnung ich hab's bald ich hab's bald schon wenn ihm genug überwälder wird für das idee ich habe meisterball ok das reicht auch dann wird wahrscheinlich dann nebengeworfen das meister weil daneben alles gleich geht zu kappa hey leute gute nachrichten ich habe den siebten orden jetzt kann kappa mich nicht mal holen ich bin mir nicht sicher ob er sich überhaupt noch einen und warum halt die schnauze ich glaube ich höre nicht auf italienisch auf italienisch auch noch gute guter guter also tm 04 was ist es denn was ist es denn bitte gibt mir was gutes wie heule oder schlagsahne tm 04 ist erholung das ist bei dir auch nicht doch bei mir auch alles gleich merkt schon du hast nicht bei den rubin so ein bisschen angepasst dass du glück hast falls die anrufen bekommst ich merke das ich merke das ich riecht das ich riecht ja betrug mein firma und hausten diese robin raum gegeben ja und was bei der rubin raum so gemacht ich möchte diesen ähnlich also gut mein firma und tor darf sich jetzt hinzugesehen zu den guten hand die und dem pop und im rest ja 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 hey mein mein wohl donaten safari ball also level 15 ich habe noch ein ledi an level 30 und ein 1 terminus 25 aber ich benutze garaborn in thema 28 es ist es weiblich und es ist intim das ist irgendwie verstört ist nicht es ist bericht es ist es ist scheu ich will trainieren erstmals schutz moment scheu ist doch die mit oder nicht ich es ist mit speziell speed es ist angriff minus als nicht so schlimm ach so weil jetzt mittlerweile eigentlich letzter wissen nach der aufgabe von körper ja ich könnte eigentlich auch die fresse ich habe eine neue rute ich betrete gleich eine neue rute cool ich habe ich bin mir das nächste legendäre pokémon ich hab nichts zu trinken das ist natürlich du dann entwickelt sich der es propos und wenn dich ich habe ich sag die popa so heißt es 55 55 ich google lieber scheiß auf kalle jetzt habe ich schon offen den glaube ich nicht heute die folge früher werden dass die folge auf überziehen ok das genau wie wäre es mit heute gar keine folge mehr aufnehmen dafür machen wir noch fertig dann lasst uns die folge überziehen ihr bewegt euren fetten arsch gleich nehmen wir es einfach wir machen in der nächsten folge die topf ja und die überziehen wir es einfach noch drei stunden da müssen wir niemals machen es ist ein seiden schal voller seite und schal und das letzte seiden schal habe ich hand in der box überlassen der todes seiden schal der war schuld schon mehr hey gut 28 neue encounter und dann 20 habe ich schon was gehabt ich brauche ja ich glaube gut dass man sich auch zu liga guck mal besser auf den puken noch noch nicht gekommen also noch nach bevor denen counter holst dann wieder zweio problem Advanced weBook ile counter bitte ein leg richtig sexy 's kaskadis ist spezielle attacke verursacht aber berührung nicht habe flammkörperschaden bekommen danke rubyn bitte also auch ich will doch ich will das lege dann gucken gucken jetzt mal schutz hier vergessen wie ich zum legi kommen am besten und hier ja ich glaube ich habe den ort gefunden wo wir wieder rauskommen kann man auch wieder rein das ist eigentlich der gleiche punkt näher an dieser stelle ist sehr tief rote setzt auch ein ich habe einen tauchball gefunden es ist ja lustig moment warum bleibe ich mit weil ich weiß nicht warum habe ich nichts zu dreistischen tropis hat gefährlich ich habe den ort gefunden wollen wir jetzt wirklich die über überdiensten ich bin in einem kampf ich auch der typ hat fünf verkackte pokémon ich habe das erste ist gar das was regentanz einsetzt und mir mit dem ich gemacht habe ich spiele nur noch mit turtok und wartet bis man depot sich entwickelt ich habe das gefühl sehr das weg und ich krieg kein brand davon größter bullshit move ja ich könnte eigentlich noch mal kurz nach zwei plattdorf oder wieder in der gen heißt wurzelheim mal kurz ausrunde bett schlafen gehen wir gehen auf reisen kalender seist auf die top vier lauf aber noch mal durch man ja noch mal ich habe sich dann hat jetzt bei mir 2 30 ap und das geht mir nicht mehr aus wahrscheinlich doch diese tropi besiegt von meinem weilort das war der knogger fang schrei ich habe ihr letztes pokémon lamos ich habe irgendwie psycho wasser problem gegen wasser kann ich halt er wie praktisch reintun ist ein gift pokémon scheiße wo der surf hat so viel amnesie warum was werden jetzt kommt gleich noch eisenabwehr und sagt exklusions antiken schafft kein feuersturm psychos der vergläubig gefährlicher auf der pakt des feuersturm wobei feuersturm bürren full para flinch von lamos kingstein ja das ist trotzdem nicht langsamer ist wobei ich glaube es war dieses eigentlich schneller ich habe gar nicht aufgepasst ich bin zwar sieben level drunter mein rasierplatz machen gar nichts danke amnesie besser hatte weder hat jetzt gleich noch eine top genießen bitte nicht sagen wir das verbieten nicht alle lassen und gleich speichern gleich moment ich hoffe dass ich das land muss jetzt nicht halt mit top genießen weil dann nicht kämpfe wie lang noch das land und das level 37 kann es weitermachen außerdem bin ich verwirrt bitte greift dich nicht selber an macho mai dank wobei wir gleich die nächsten part einfach auf camp aufnehmen irgendwie beide zeitgleich wie eine stunde trainieren oder so ja was auch teilweise unfair weil er hat ja andere ich weiß nicht ich wäre es ja ist okay mein namen das steht noch eine weile eigentlich ist aber jetzt hat es tage die es ist die top genießen wahrscheinlich ein zweites mal wie also ich habe seit ein geschläfert es war im roten bereich ich hatte egelsamen drauf gritt rasierplatz danke ich bin fertig könnte speichern bitte ich laufe nein im moment ich bin daran passiert und verwirrt bist du fahrer wird fahrer fusion hat sich besser als ich bin dann kam nicht ich selbst nicht ich selbst nicht die das warst du selbst ist es nicht gut und jetzt hier pokémon wirklich es wird bitte nicht ich selbst ich könnte jetzt auch noch einen kampf oder eigentlich nicht ich glaube ich mache pause dann lass ich jetzt fertig kämpfen ok ich werde mir jeden bitte ich bin zwölf bist du richtung muss unterwegs oder nehmen ja ist los los grund ja aber die pokémon geben einfach fast genauso viel xp wie in der siegestraße aber ich krieg hier auch zwischen 500 und 1000 ep pro pokémon ich lese euch mal kurz die fähigkeit von meinem lukia vor beziehungsweise was ist die fähigkeit von einem lukia der zwinger und was macht die mehr ap weg senkt den ap verbrauch vom gegner wisst ihr was da steht steigert ap des gegners das gibt kein sinn naja nein 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 vielleicht ist ap einfach nur die angriffskosten das wäre aber ak wie arschlochkind ap sind allgemein die angriffspunkte oder die wir töten ja das okay das dauert nicht lang sein die wir level 100 schon wer droht auf nach 30 mein vogel 2 ist level 2 also ich habe ich weiß ja so ich speicher nein 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 stopp 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 ich werde fliegen ein ich fliege wenn ich einfällt weiter laufe laufe in ein trainer ja dann bleiben verstehen das schon weil ich stehe auch ganz offen der aufnahme sehe ich stehe schon seit zwei minuten du stehst auf was stehst du denn auf geile sexy schon okay ich hab dancer mark besiegt ja dann speicher bitte und lass dich nicht von dem vollquatschen ich weiß du will reden ich speicher jetzt und speichern falls es euch gefallen hat dann auch bitte positiv bewerben kommentiert abonnieren wir sind's beim nächsten mal wieder time last raus und tschüss bis zum nächsten mal wieder 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 bis zum nächsten mal wieder